Liebe Aloe-Fans, aufgepasst! Unser Kultgetränk, das Forever Aloe Vera Gel, gibt es ab sofort auch im Mini-Format als 330ml Forever Aloe Vera Gel für dich. Die wesentlichen Eigenschaften sind natürlich unverändert, aber daneben hat unser Mini-Gel doch einiges zu bieten. Und in diesem Video möchte ich dir gerne verraten, was genau das ist. Wie eben schon angedeutet, hat sich an der innovativen Produktformel natürlich nichts geändert. Das 330ml Forever Aloe Vera Gel verfügt, wie sein großer Bruder auch, über satte 99,7% reines Aloe Vera Gel, einen hohen Vitamin C-Gehalt, ist zuckerfrei und natürlich ohne Konservierungsstoffe. Im Gegensatz zur 1-Liter-Verpackung macht sein handliches Format den Mini-Tetra allerdings zu einem perfekten Begleiter für unterwegs. Denn er passt in wirklich jede Handtasche und mit seinem neuen und sicheren Verschluss ist er perfekt für zum Beispiel Tages- oder Wochenendausflüge geeignet oder einfach im Kaffee auch nebendran zu stellen. Je nach Trinkroutine enthält unser kleiner Eye-Catcher ein bis drei Tagesportionen und gewährleistet dir somit permanent frische Aloe. Die Verpackung des 330ml Forever Aloe Vera Gel ist made in Germany und das beste, zwölf kleine Gelkanister entsprechen dem Preis von vier 1-Liter-Verpackungen. Das ist richtig toll. Also ich bin absolut begeistert von unserem 330ml Forever Aloe Vera Gel und werde definitiv zukünftig immer eines in meiner Handtasche mitnehmen. Ich hoffe, du machst mir das nach. Ich konnte dich mit meiner Begeisterung ein wenig anstecken und nun wünsche ich dir viel Spaß und Wohlbefinden mit den Produkten von Forever. Bis zum nächsten Mal.